Heute ist der 24. Dezember. Hallo ihr Lieben, heute ist der 24. Dezember. Und ich wünsche euch gleich viel Spaß bei dem, was hinter diesem Türchen steckt. Und wünsche euch natürlich frohe und feierliche Weihnachtstage und einen gesunden Rutsch in das neue Jahr 2024. Heute könnt ihr gewinnen die Spongebob-Popfigur der Quallenfischer. Bis zum nächsten Mal.